Und weiter geht es bei HUHU Season 2 und heute werden wir zum Müllermax und straxeln auf den Berg. Der große Mountain wartet auf uns besteigt zu werden. Und damit starten wir jetzt erstmal voll durch in den Berg. Oder auf dem Berg besser sagt. Vorher warten wir erstmal, trinken noch einen Tee oder so. Der Troll, der ist kein Klettermax. Ich gehe noch, da wird sein Klacks. Jawoll. Also, 4 und 8 sind hier fast 3 da noch. Und wichtig hier ist Punkt 1. Und Trolltopp. Und Trolltopp. Das ist auch ganz gut. Ich gehe mal auf 2 Ebenen. Auf der Leiste. Trolltopp. 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 ja das war ein dummheit der baum findet toll wenn die spitze schnuppert rollen auf zum zweiten versuch ja und jetzt ja ja Mit tausend Minuten und einmal... ...haha, so lieb der Troll des Lebenslauf, am besten immer obenauf! Also eigentlich wäre es ja 1100 gewesen, aber das eine war ja ein vorder Sack. So, was kommt jetzt? Der Schlüssel, okay. Zwei sein. So, nur zwei bitte. Jawohl! Und dann auf der Falle wird es weiter ausgehen. Ja, nun ist reich. Würden wir übrigens dann kalte Flüsse nehmen, dann wären wir... ...eingekerkert. Wie umfänglich. Aber es hat ja funktioniert. 2000 Punkte haben wir damit gemeistert. Auf dem Berg erholt. Und beim nächsten Mal geht es dann wie immer weiter mit allen anderen Spielen. Und bis dahin, tschau! Und bis dahin, tschau!